Hallo und herzlich willkommen. Schnelle Runde noch. Wir wollen mich endlich mal wieder gewinnen bei Overwatch. Und wie ihr hört, ich habe investiert in sehr teure Software, dass ich mir ein Echo leisten kann. Und dieses Echo ist auch sehr dynamisch. Mal reagiert es gar nicht, mal lacht es einfach und mal labert es eine absolute Scheiße. Labert es eine absolute Scheiße. Und kommt auch sehr zeitverzögerlich. An dieser Stelle herzlich begrüßen. Der Brillibi und der Nios sind noch wieder mit dabei. Moin, liebe Leute. So, anstelle Echo zu machen, chop chop, Junge. I am on the way. You are on your way. Ich habe wieder ein Foto von deiner Mutter hier auf dem Bildschirm. Ist das Road Dog? Wir sind nämlich gerade Hanso. Nee, Winston, wie immer. Ausgeprägte Kieferpartie. Das ist übrigens das Lustige an dem Spiel. Man denkt, man hat gerade das Schlimmste gesagt und dann sagt er Winston. Und denkt, ach, den gibt es ja auch noch schlimmer. Machen Sie sich bereit zum Anrufen. Aber ganz ehrlich noch lieber Winston als die Powerlesbe da. Ach komm, scheiß drauf, ich bin jetzt Fahrer. Oder? Ah, nee. Fahrer ist cool. Ja, jetzt haben wir schon eine. Irgendwie treffe ich mit der nicht so wirklich. Triffst allgemein nicht so richtig die richtigen Aussagen. Tegernseer hell. Das typisch bayerische helle Vollbier. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Kristallklares Gewürgsquellwasser. Ausgesuchte Rohstoffe. Eine über tausendjährige Bautradition. Zurückgehend auf das Benediktinerkloster Tegernsee. Gegründet 746. Garantieren wahrhaften Biergenuss. So viel passt auf das Etikett überhaupt nicht drauf. Boah, meinst du das denke ich mir aus oder was? Ja natürlich. So. Ich trinke Maria Ehrenberger Pilgerstoff. Da geht's in 30 Sekunden. Eine aus besten Rohstoffen gebraute Bierspezialität mit samtlich weicher Schaumkrone. Der kräftig vollmundige Geschmack und der harmonisch vollendete Körper bietet einen Biergenuss der ganz besonderen Art. Nicht gute doßige Pilgerkelche. Gebraut nach dem Reinheitsgebot von 1516. Wie auch sonst. Woher ist das? Kommt aus... Geiler Name aus Motten. Boah. Hochstiftliches Brauhaus in Bayern. Ist geil. Ist schön malzig. Naja das mag ich ja nicht wenn es so malzig ist. Ja aber es ist so eine geile Mischung aus schön malzig und schön süfflich. Also ist eigentlich tödlich. Alter what? Ich stehe hinter dem Fall. Fall. Was haben die? Reinhard und Bastion. Ja das ist eine geile Mischung. Ach das ist jetzt hier auch nicht so sonderlich. mal ernsthaft, jetzt spielt er einfach. Nein Rourdog du musst mal recht nicht die Ablenken dann können wir links rum und dann... Ja ich will auch links rum. leads 하지만 WoW 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 wo Ich bin links rum Was hat mich denn jetzt down gemacht Dein Ego! Wir sind noch am Cheaten hier! Alle melden! Egal ob oder ob nicht! Übrigens hallo liebe Freunde! Wir sind wieder da! Overwatch hier! Rilly ist auch mit dabei! Leider! Äh nein! Meintest du die letztens? Jemand denkt, dass wir verheiratet sind? Bestimmt wahr! Wir beide? Ja! Sind auf jeden Fall verheiratet! Natürlich! Uha! Husenhaar! Busenhaar! Busenhaar! Alter was war das denn für ne scheiße Aktion eben! Ok Leute strengen wir uns noch mal an! Ja dann warten doch noch mal! Warte 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 Alter wo kriegt der hin? So jetzt zum Punkt Leute! Ja klar! Roodog liegt hier ne Runde. Hier, Heilung. Yes, Jungs, der hat Ulti gemacht. Ich hab den direkt weggekannen, Alter. Und den auch noch weg, hier. Jetzt reicht es nämlich hier. Alter, könnt ihr den nicht früher töten, Mann? Das hat nicht mehr. Ey, kann ja mal der Rainer töten, hier. Ach du Scheiße, ich steh mittendrin. Ach, er mit seinen Drachen. Okay, wir haben ein A, wir haben ein A. Wir haben ein A. That was pretty nice. Yes, yes. But hard to take. Och, da steht ein Bäschen hier vorne, Leute. Vorsicht, nicht durchs Tor gehen. Ja, da wo du gestorben bist. Danke für dein Opfer, Bro. Scheiße. Ich bin der Leib Gottes. Offensichtlich auch ein Teleporter. Du bist der Leib Gottes? Wo ist denn der Teleporter? Ah. 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 Der Hanso hat wieder Array um Awetik drauf. Array um Awetik. Array um Awetik. Das Ulti von der Anna. Anna, let me in, let me out, oder was? Weißt du nicht das Ulti von der Anna, weißt du was das macht? Ja, die unterstützt, oder was? Keine Ahnung. Nein, da wirst du richtig krass. Du warst richtig krassen Damage. Du wirst richtig imbauen anziehen. Wieso bin ich eigentlich der Einzige? Weil wir vorne hier auch noch Gegner haben, vielleicht? Ja, da musst du schön flankieren und all den imlaufen, ja. Wer schießt denn hier auf mich? Den hinter dir nicht. What the fuck? Wo kommen die denn alle? Die hab ich doch gerade erst gekillt, den, den... Okay, ich weiß jetzt... In dem Replay weiß ich jetzt, wo der Teleporter ist. Alter, komm Junge, der hat jetzt zwei Pfeile auf mich geschossen, oder was? Das ist ja voll imber, dass man durch die Killcam erfahren kann, wo der Teleporter ist. Echt? Ja. Da, wo der Nick gerade rumrennt. Was denn, ist der noch da? Glaub nicht, nehm. Warum jetzt? Das klingt nach dem Ulti von Bastion. Ja. Ey, das... Da musst du ja halt auch reinrennen, wenn ich dann a wee und mal Wittek kriege, weißt du? A wee, a wee, a wee, a wee, a wee, ja. Hit mach irgendjemand. Ne, komm. Alle tot. Ich hab, ich hab zwar den Ulti vom Bastion überlebt, aber der... Hat mich leider so ein anderer Typ dann... Okay, jetzt nochmal together hier, oder was? Warte, warte, ich bin hinter dir. Brilli. Ich geh mal links rum. Oh. What the fuck, alter. Scheiße. Totgesorgter Leben. Oh, Mann, ey. Komm, Bogen, Junge. Oh, jetzt. Reinhard, ne? Ich knall mich. Ach, meine Güte, ey. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Was ist denn da? Echt? Weißt du was, wenn ich den Typen spielen könnte? Hanso, da würde ich ihn durchspielen, um jeden abzufangen. Absolut. Doch. Reinhard, ey. Ein guter Reinhard, Junge. Das wär mal was. Hier muss irgendwo ein Teleporter sein. Schon wieder? Warum? Zorder Reinhard. Warum haben die die... Vor allem verlieren wir gegen sowas, weißt du? Teleporter vollkommen sinnlos jetzt. So ein richtig zorder Reinhard. Die müssten einfach den Hero komplett wechseln, ey. Das wär viel besser. Aber nein. So was verlieren wir auch noch. Boah, das darf nicht wahr sein, ey. Was denn? Reinhard hat mich. Scheiße. Was ist hier schon wieder los? Feindkontakt. So ein Tüppelspringer? Alter. Wie ich nicht einen Schuss setzen kann mit dem Scheiß. Ach komm, leck mich am Arsch, ey. Ganz ehrlich. Echt mal, das war jetzt ein bisschen billig jetzt. Und dumm von mir. Ich habe Sichtkontakt zum Kalt. Ich habe keinen Kontakt. Ich habe keinen Kontakt. Ja komm. Wir kaufen uns schon wieder unter Wert hier. Ja komm. Wir kaufen uns schon wieder unter Wert hier. Er ist schon ist tot, ne? Sehr schön. Jawoll. Jetzt rauf, rauf, rauf. Ach, scheiße, man. Rauf. Rauf. Ey, dieser Bogen-Penner. Nice, 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 nice. Ja, man. E.T. 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 Was, ey, ganz ehrlich. No enemies. Das ist immer geil, nach so einer richtig schwierigen und knappen Runde, dann zu sagen, ja, no enemies seen. Ja, ja, genau. Didn't even notice you had a McCree. Ehefisch. Übrigens hatte ich, glaube ich, vier Goldmedaillen oder so. Ich war auf jeden Fall mit Abstand der Beste im Team. Bin nicht mal mit einer Karte vertreten. Was meinst du, den ihr so interessiert? Richtig, gar keinen. Okay, ich hatte nur zwei. Aber eine Haken-Trefferquote von 71 Prozent und ich komme nicht als Karte vor? Ernsthaft? Eine Haken-Kreuzquote? Das ist die neue. Von 88 oder was? Das ist eigentlich die neue Skin für Reinhard. Männern für Reinhard. Genau, Naschel, mit der Doppelruhne. Ach, du hast Reinhard gesagt. Nee, ich würde ja sagen, Reinhard. Ich habe genau das Roadhog gesagt. Nee, nee, wenn dann, Reinhard. Du bist das Tegernseher nicht gewohnt, oder? Ist das Mikro noch an? Ach, guck mal, wir spielen mit Doppel-Mai. Mai-Mai. Mai-Mai. Ja, Mai. Eigentlich heißt es ja April-April, ja. Und nicht Mai-Mai. Das war witzig eigentlich. Keiner sagt irgendwas. Total witzig, Mann. Ich krieg mich gar nicht mehr ein. Fick dich selbst. Ja. So, Brilli, hier schön rechts nach oben, oder was? Ja, ja. Rechts. Rechts ist gut, Eva. Ich habe gestern mit Rübe Dings aufgenommen. Äh, Faktorio. Und da ging es irgendwie auch um irgendwelche, welche Circuits. Hallo! Und da muss ich wieder so gut sagen. Sofort Erinnerung an Brilli. BRB, wie hieß das Ding? BRB, Brilli Royal Baut. Genau. Circuits! Circuits! Wir brauchen Circuits! Herrlich. Fünf, vier, drei, vier... Übrigens hat sich die Gerda jetzt auch nochmal zu Wort gemeldet, dass man uns jetzt so wenig sieht. In letzter Zeit. Wer ist Gerda? Gerda Hessel, die alles von ARK und BRB verfolgt hat. Unser Fan quasi. Ach, der? Die? The one and only? Ja. The one and only Gerda. Richtig. I know. Ja, okay. Und die war echt traurig und da habe ich gesagt, ja, ich hoffe, dass wir diesen Montag, also quasi jetzt, aufnehmen. ARK. Aber Basti konnten wir ja nicht. Das heißt, nächsten Montag sind wir dabei. Ja. Also Gerda, falls du das hier siehst, was ich nicht glaube, weil dich das Spiel hier nicht interessiert. Ähm. Sag doch nicht, welches Gerda so ein richtiger Knipser? Nee, das hätte sie ja. Dann hätte sie schon runtergeschrieben. Meinst du? Weiß man ja mal nicht. Gerda ist ein treuer Fan. Die Tröscher hat doch mal drunter. Also ich meine, Gerda, dein Kanal, äh, mein Kanal freut sich auch immer über Besuch, ne? Aber von daher. Shit. Ja, da kommt aber halt nur Mist, ne? Da kommt nur Mist, ne? Ja, ähm. Kommt nur Mist? Ja, gut. Du kannst aber, äh, Gerda nicht ihre Meinung, äh, vor allem kämpfen wir da alle irgendwo rum. Und ich mach das längst unterbinden. Kliffo. Jetzt hab ich einen drüber gekriegt. Richtig so. Man, wie ist leer. Oh! Warum kommen morgen um 8 Uhr die Dachdecker und ich werd denen so die Tür aufmachen und die werden so denken, boah. Warum ich werd denen so die Tür aufmachen? Ich weiß auch nicht, die Klingeln. Ey, die werden morgen denken, boah, hat der eine Fahne, alter. Ja, richtig guten Morgen, Junge und Kaffee. Ich mach hier. Ich bin froh, wenn ich den überhaupt kenne. Ja, jetzt mach die wieder Leistungsverstärkung. Viel zu spät, ey. Oh Gott, ich geh zu viel, ne? Warum Dachdecker? Was für eine Ruinen seid ihr da eingezogen, ey? Oh, stimmt. Was für eine Ruinenburg seid ihr da eingezogen? Nicht Dachdecker, aber die isolierenden Raum, der noch nicht isoliert ist. Wie machst du da Dachdecker gesagt? Ja, es sind ja Dachdecker, die das machen. Und? Und, ich bin sexy dabei. Ich würde ein bisschen feiern, wenn ich ein Heimwerk erkriege. Ich geh ja nicht aufs Dach. Ich war schon mal am Dach. Wie warst du schon mal auf dem Dach? Klar, mehrmals. Teiter, Junge. Siegeln legen. Dachrinnen sauber machen. Sauber machen. Und außerdem musste ich da schon oft drauf wegen meinem Dach schaden. Das glaub ich dir eben gesehen. Oh Gott. Mach dir eigentlich auch noch was, oder bin ich der Einzige, der gespielt? Alter, ich bin genau neben dir, du mit Spine. Ich will die ganze Zeit. Gar die Trace habe ich aber geholt. Musst du leider zugeben. Ich habe gerade so den McCree von den Outgeplayt. Ey, geil. Outgeplay. Das ist der Let's Player-Speech. Ich bin mal ein Titan-Schnack am Leib. Ein Titan-Schnack am Leib? Was ist das denn? Wie will ich von Heal? Heal habe ich gerade, fünf Sekunden. Hier, Heal kommt. Pöpli-Kill, Nios. Nios ist down. Wo sind die denn alle? Alter, was machst du da? Was denn? Was denn? Das war das dümmste Ulti, was ich je gezogen habe. Muss ich leider echt zugeben. Ja, habe ich ja auch gesehen. Ich dachte, ich hole den mir in irgendeinen Graben rein, aber war kein Graben in der Nähe. Außer mein Hirn. Ja, hallo, hallo, Mercy. Mercy. Willst du sterben? Jo, jo. Hier, hier. Willst du, schmach. Willst du, willst du. Willst du, willst du. Zack, in die Eier. Wer ist der coolste Typ hier? Das ist der Bredli und der Trinkbier. Ah, also, ich glaube nicht. Oh, das sind mehrere. Jetzt muss ich aber aufpassen. Okay, vielleicht bin ich auch einfach direkt hoch. Achso, ein Ulti von McCree. Hallo. Jawohl. Jawohl. Mercy, fick dich. In den Unterleib geschossen und weg. Uh, uh, uh. Was für ein Hook. Hast du ihn gesehen, Nick? Ja. Mir macht keiner was vor, weißt du. Natürlich nicht. Ich bin der fühlst du von der Schule. Oh, wieso steht hinter mir der Reinhardt auf einmal? Hab ich gar nicht gesehen, der hat sich angeschlichen. Wieso, der ist doch mal so hart. Ey, was ist da denn da hartes zwischen deinen Beinen? Äh, bist du doof? Ist mein Pimmel. Ah, fuck. Ulti, ulti von der Arsch. Oh, das ist ein leckeres Bier. Darfst du überhaupt schon Bier trinken? Nee, Junge. Nee. Bin ja erst 14. Alter, was geht mit dieser Hube? Warum kriegen die jetzt noch den Punkt, oder was? Die letzten 20 Sekunden. Komm, Zwiebel, stemm dich. Zwiebel, bist du hängen? Jetzt stemm dich. Ja, natürlich. Direkt mein Ulti abgebrochen und tot, oder was? Was für ein Witz. Ja, warum denn des? Ja, warum denn des? Gegen scheiß Ulti vom Reinhardt. Komm, hey. Jetzt haben die den Punkt noch gekriegt. Schön, schön die Heiler-Muschi weggeknallt hier. Übrigens, liebe Kinder, falls ihr das hier seht, die Ausdrücke, die ihr hier sagen, könnt ihr gerne mal zu eurer Mama sagen. Ja, was? Da haben ja die Eltern einfach nur ihre Aufsichtspflicht verletzt, wenn Kinder das hier sehen, oder? Jetzt habe ich dir gerade deinen Kill geklaut, war kein Nutzen? Junge, 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 hast du Aufsichtspflicht verletzt. Junge, Junge, Junge. Aufsichtspflicht verletzt, du. Doe? Hat ihm Doe gesagt. Ey Mercy, willst du mich verabeln? Ja. Sagt der Mercy, meinte er, die andere. Killstreak, sieben Spieler. Warum habe ich nicht eine, doch, ich habe eine Goldmedaille, in Selbstbeidung. In Selbstbeidung. Extrem Mastroberz. Ja, dabei bin ich echt nicht scheiße. Ich habe 18 Eliminierungen. Ja, Mann. Damit habe ich keine Medaille, dir was ist 18? Ich habe 21, was los. Hast du Gold? Was ist denn hier eigentlich, ich habe 23? Hast du Gold? Ja. Doppelkill, meine Freunde. Ey, was machen ihr da? Kills, oder was? Und ich mache keine mehr, oder wo? What's going on in the house? What the fuck is going on? Ey, die war doch gerade hier. Ja, du Bitch. Ach, komm. Haben die eigentlich zwei Tracer? Nein, shit. Oder nur eine? Ey, was ist das? Okay, das war ein bisschen viel. Ich bin noch lange nicht fertig. Hey, 25 Kills mittlerweile. Da kann ich nur sagen. Wie warst du? 19. Aber ich habe die wichtigen gekillt. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, wirklich. Die wichtigen Kills habe ich gemacht. Alter, ich bin nur am Frecken. Ich komme an die Front, werde von Reinhardt gebummelt. Fieser Zeitpunkt, wenn ich gerade trinke. So, jetzt ist es win. GG. Das war easy. Brilli19. Alter. 27, ja, meine Freunde. 27 habe ich auf mein Konto. Kerb Holzmann. Kerb Holz. Der Punkt. Aber bist du keine Highlight, Alter. Das kommt so. KUBIZO 6.000. Klingt wie ein Rechner außer DDR. Oh, auch noch mit Aguioma Wittek drauf. Ist natürlich Knaller, ey. Mein Lieberschwang. Ja, war nix. Was war das denn? Wenn ich mal das Schild gibt, geht kaputt. Oh, okay, muss ich mir selber geben. Muss ich mir mal selber hier ein... Kriegst du? Kriegst du auch von mir? Ich habe Isador gegeben. Ja, ist mir mir schon klar. Nein, habe ich nicht. Dann war ja jetzt auch die Folge online, wo der Reinhardt eine Karte hatte und 67 Schaden geblockt hat. Wo ich mir dachte, hä? 67 Schaden hat er geblockt und hat dafür eine Karte bekommen. Was ist das? Nicht schlecht. So, geh mal raus da. Ach ja. Nun. Aha. So. Also, ich habe mein Echo-Programm wieder eingeschaltet. Müsst du jetzt auch gleich... Müsst du gleich wieder gehen. ...eine Vorlaufzeit. Müsst du eine gewisse Vorlaufzeit und fängt jetzt wieder an. Kann ich euch empfehlen? www.echo.de Genau, ey, es macht es vor allem selber Werbung für sich. Was für ein Kracher. Also Leute, vielen Dank fürs Vabeisein. Schaut wieder rein beim nächsten Mal, wenn die Pros wieder unterwegs sind. Vielleicht diesmal, vielleicht schaffen wir es ja auch mal eine ganze Fünfe-Gruppe zusammen zu kriegen. Vielleicht schaffen wir das mal. Wenn der Bombi, der Mene oder der BS, dann wären es ja sechs, aber dann hätten wir Auswahl. Warte mal, Nios, Brilli, Zwiebel, Mene, Bombi, Basti. Dann hätten wir sechs. Naja, habe ich doch gerade eben gesagt. Hast du dir eine Finger davon geredet, aber ist okay, ist okay. Nein, ich habe gesagt, wir hätten eine Gruppe fünf, wir hätten dann zwar mehr, aber... Was redest du, Alter? Was fällst du mir denn eigentlich immer ins Wort? Ich fall dir in den Schoß, nicht ins Wort. Weißt du, was man als erstes lernt bei einer Ausbildung, wo es um schwere Gegenstände geht, also wie um deine Mutter, dass man, wenn was fällt, man davon zurücktritt. Also wenn du mir in den Schoß fallen würdest, würde ich sofort einen Schritt zurück machen. Die ganzen Leute hier, die haben wir den Brilli auch noch nie gesehen, ne? Ihr müsst wissen, der ist ziemlich fett einfach. Das ist einfach eine Lüge und natürlich haben die mich schon gesehen. Ja, mit deinen gefilterten Fotos überall, oder was? Ah, nicht gefiltert und ich habe auch einen Vlog online. Also könnt ihr euch ja mal ankommen. Ja, und alles, was da unterhalb des Halses passiert, ist auch viel fetter, als du denkst. Was für einen Vlog hast du denn? Wo vloggst du denn? Hä, da, wo ich mich selber bespritze. Du bist so klickgeil, echt. Verlink doch am besten, Lennart, das Video und ändere den Titel, ich bespritze mich selber. Das ist so super. Das würde ja in dem Video keinen Sinn mehr geben dann. Nee. Das ist nämlich eigentlich die Oma, die ihn bespritzt. Squirting-Oma, geil. Oh Mann, Alter. Ach, Kinder. Googelt mal nach Squirt. Und dann sagt zu eurer Mama, squirt mal bitte die Küche sauber. Aber mit Hochdruck. Mal feucht die Küche durchwischen. So, also, in diesem Sinne, holt mal Eimer und Besen und dann bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss, macht's gut, liebe Freunde. Tschüss, tschüss.